hi und herzlich willkommen als der geeky ich bin dennis matthias und dies hier ist teil 4 einer fünfteiligen reihe der besten brettspiele aller zeiten stand 2023 wenn du die ersten drei teile verpasst hast stelle ich dir die links zu diesen gerne in die beschreibung dieses videos da kannst du dir gerne auch noch anschauen ebenfalls in die beschreibung dieses videos stelle ich dir die links zu detaillierten rezensionen der einzelnen spiele die ich dir hier vorstelle sofern sie denn vorliegen da würde ich sagen gehen wir auch direkt an den start mit der nummer 20 und es handelt sich hierbei um ein sehr asymmetrisches kartenspiel im cyberpunk universum die rede ist von android netrunner bei android netrunner verkörpert ein spieler den runner der versucht ein system zu hacken eines konzerns der andere spiel übernimmt diesen konzern und versucht eben halt sein system zu schützen ist ein sehr asymmetrisches spiel und beide seiten haben viele verschiedene fraktionen die sie auswählen können also bei den runnern gibt es die anarchen die gespielt werden können die kriminellen etc ich habe die möglichkeit bei den konzernern entweder ein konzern zu spielen was sich auf berichterstattung konzentriert oder wayland die sind drauf und dran geld zu machen es gibt dann noch einen asiatischen konzern der sich sehr auf kampf und angriff konzentriert hat und so weiter und so fort das heißt ich habe nicht nur eine große abwechslung welche seite ich jetzt gerade spiel ob ich run oder konzerne spiel sondern auch innerhalb dieser beiden seiten habe ich die möglichkeit mit den verschiedenen fraktionen das ganze auch noch mal zu variieren und das macht den widerspiel wert immens das ist das wirklich grandios und das spielgefühl der zwei seiten ist auch wirklich wirklich unterschiedlicher könnte es nicht sein die runner die müssen versuchen wirklich auf geschwindigkeit zu spielen und möglichst schnell dieses system zu infiltrieren bevor der konzern spieler so viele möglichkeiten hatte sein sicherheitssystem aufzubauen beim konzerner fühlt sich das halt so ein bisschen ja ich habe alle zeit der welt und ich baue mir dieses system auf guck mal wie du denn dadurch kommst und während man halt wirklich als konzerner er auf sicherheit spielt und alle möglichen ressourcen zur verfügung hat ist es beim runner man ressourcen knappheit man ist unter zeitdruck und hier die seiten zu wechseln macht sehr sehr viel spaß weil eben halt sich das unterschiedlich spielt und ja der deckbau ist hier auch anspruchsvoll so man baut sich vor dem spiel halt ein selbst konstruiertes deck zusammen das man mitnehmen eben halt weil ich auch die möglichkeit habe welchen konzern nehme ich mit wie möchte ich mich jetzt ausrichten wie wird jetzt gegebenenfalls mein gegenspieler ausspielen welche fraktion nimmt er worauf muss ich mich vorbereiten etc ganz toller titel android netrunner meine nummer 19 ist ebenfalls ein kartenspiel ist aber ein head to head kartenspiel das heißt so wie bei man das auch kennt von magic the gathering man spielkarten versucht den anderen spieler auszuschalten allerdings verkörpert man diesem spiel einen einzelnen helden mit ausrüstungsgegenständen und führt mit denen halt mit den karten angriffe durch und die als angriffskette in flash and blood flash and blood ist halt ein head to head kartenspiel wie man das so kennt aber sehr ungewöhnlich also diese spielmechanismen kennt man halt nicht man basiert sein ganzes deck was man aufbaut auf einen helden und dieser held gehört dann einer charakterklasse an also beispielsweise einem krieger und einem assassin oder ein ranger oder ninja oder ein guardian ein rune blade etc da gibt es reichhaltig auswahl und ich baue mir halt dieses deck zusammen für die charakterklasse in kombination mit generischen allgemein karten die ich halt mitnehmen kann so und diese klassen spielen sich alle komplett unterschiedlich im prinzip hat jede klasse einen eigenen spielmechanismus das spiel funktioniert folgendermaßen ich löse immer mit einer karte einen angriff aus mein gegenspieler muss dann versuchen diesen angriff zu verteidigen dann gibt es nochmal angriffs oder defense reactions die spielen kann die das ganze zeit nur beeinflussen mein angriff zum beispiel stärken oder die defense karte des gegners abwerfen etc und wenn ich dann go again habe das heißt ich darf noch einen weiteren angriff durchführen kann ich halt diese kombat chain fortführen ich mache mehrere angriffe hintereinander das interessante hierbei ist dass wenn ich eine karte spiele zu verteidigung ich dann am ende dieser runde meines gegenspielers nicht meine kartenhand wieder auffüllen das heißt je mehr ich verteidige desto mehr schwäche ich den angriff den ich dann durchführen kann in meiner runde die klassenspielen sind wie gesagt komplett unterschiedlich da gibt es den krieger der auf attack reaction setzt das heißt der gegenspieler muss immer damit rechnen dass ich noch irgendwie das ganze beeinflusse der ninja setzt auf kombos dass er möglichst viele attacken ausspielt die werden dann gestärkt wenn die angriffskarte davor von einem bestimmten typ ist etc pp macht das spiel sehr sehr abwechslungsreich und erhöht halt da auch den widerspiel wert richtig tolles head to head sammelkarten spiel kann ich nicht anders sagen flash and blood die nummer 18 entführt uns in die griechische mythologie es werden aber weitere titel erscheinen die dann auch die nordische mythologie und die ägyptische mythologie mit einführen das kann dann auch alles gemixt werden und das spiel ermöglicht es ein skirmischer spiel als brettspiel auf den tisch zu bringen in mythic battles pantheon ich bin ja großer fan der griechische mythologie und da punkte für mich mystic battles pantheon natürlich schon total wenn du eher auf ägyptische oder nordische mythologie stehst wie gesagt da kommen auch die teile raus und das lässt sich beliebig kombinieren dass man zum beispiel mit den griechen dann halt gegen die ägypter kämpft oder eben halt auch untereinander griechen gegen griechen und mystic battles lässt sich auf zwei verschiedene arten spielen einmal als head to head spiel da draftet man sich dann seine armee vorher zusammen man sucht sich einen gott aus man sucht sich verschiedene helden aus oder einheiten und monstern die man mitnimmt und dadurch beeinflusst man halt strategisch sehr stark wie ich denn dann nachher in diesem skirmischer spiel spielen werde man kämpft dann um die omphalos das sind so steine die ausliegen wenn ich da halt eine bestimmte anzahl von gesammelt habe gewinne ich das spiel und das tolle ist auch in dem spiel dass sich die 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 figuren entwickeln wenn sie verletzt werden das heißt man hat dann so verschiedene statuts das sind so verschiedene zeilen die ich habe und die werte meiner figur werden immer beeinflusst je nachdem wie stark ich verwundet werde und das ist auch bei jeder figur anders das heißt auch die entwickeln sich bei ihrer verletzung unterschiedlich macht den widerspielwert hier auch immens hoch und die götter spielen sich komplett unterschiedlich dann die einheiten die ich mitnehme die zweite möglichkeit mythic battles pantheon zu spielen ist mit einem kampagnen modus sind praktisch szenarien die aufeinander aufbauen und je nachdem wer dann in dem vorherigen szenario gewonnen hat beeinflusst das halt das zusammenstellen der truppen beispielsweise des folgenden szenarios da ist dann vorgegeben ein spieler spielt jetzt beispielsweise den gott aris der andere spielt den gott oder athene oder wie auch immer und ich habe dann innerhalb einer auswahl dann verschiedene truppen aus denen ich entscheiden kann welche möchte ich den jetzt mitnehmen in mein spiel wirklich tolle möglichkeit wenn du ein tabletop skirmischer spiel möchtest aber als als brettspiel mit vorgegebenen feldern und du eben halt nicht sich einheiten mit dazukaufen willst hat da hast du hier beim mystic battles pantheon die gute gelegenheit und wenn du die mythologie halt magst du findest wirklich jeden charakter jede kreatur findest du hier wieder das macht richtig richtig viel spaß und die miniaturen sind auch echt toll anzusehen jetzt bleiben wir in der antike betreten aber den bereich der arena kämpfe in for glory for glory meine nummer 17 ist ein deck building spiel wegweisend weil for glory nämlich so bekannte und übliche schwächen von anderen deck building spielen komplett ausmerzt wieso genau das erkläre ich in meiner detaillierten rezension für dieses spiel schreibe ich dir wie gesagt in die beschreibung dieses videos guckt jetzt dann gerne an ist halt wirklich ein wegweisender deck bilder es macht unheimlich viel spaß und bei for glory geht es darum dass wir uns verschiedene gladiatoren anheuern und wir in verschiedenen arenen kämpfen die ausliegen spiel dann praktisch die gladiatoren zu diesen arenen aus versucht dann eben hier halt meine kampfstärke zu erhöhen und ich muss auch verschiedene patrone mir anheuern die geben mir dann nämlich so einflusspunkte die einflusspunkte brauche ich um gladiatoren überhaupt ausspielen zu können ich muss taktik karten mir einkaufen mit denen beeinflusse ich dann nachher den arena kampf und sehr interessant ist dass ich karten in eine reserve spielen kann und diese reserve kann ich mir mit münzen dann nachher wieder auf die hand holen damit bereite ich praktisch karten vor die ich dann in meiner kampfphase haben möchte also ich beeinflusse also auch quasi welche karten mir danach zur verfügung stehen und wie du auch jetzt eben gehört hast es gibt münzen im spiel das sind ressourcen die nehme ich auch von runde zu runde mit das heißt mir gehen nicht alle ressourcen am ende meiner runde verloren wenn ein gewisser blutwert ein blut lust wert erreicht ist kommst dann zum kampf die spieler kämpfen erreichen dann durch diese kämpfe glory points und wer zuerst fünf glory points erringt gewinnt dann das spiel wie gesagt ein wirklich bahnbrechender deckbilder kann ich dir nur empfehlen die detaillierte rezension einmal anzuschauen die nummer 16 entführt uns jetzt in ein ganz anderes universum ins welteil und wir gehen damit zu einer lieblingslizenz von mir battle star galactica und wir reden hier von starship battles battle star galactica starship battles bester flugsimulator den ich kenne als brettspiel ein spieler übernimmt die menschheit der andere die seite der zylon und man bekämpft sich halt so lange bis noch eine seite übrig ist es gibt mittlerweile von aris games auch eine offizielle punkteliste für die verschiedenen schiffe dass man sich seine einheit zusammenstellen kann das macht das spiel für mich dann halt auch perfekt vorher war es so es gibt auch unterschiedliche szenarien die man spielen kann das nur von den szenarien praktisch die schiffe vorgegeben waren die man dann spielt aber so kann man sich jetzt eben halt seine staffeln auch selbst zusammenstellen finde ich persönlich auch noch sehr gut ja man hat halt wirklich hier so ein unheimlich tolles fluggefühl ich kann nämlich von meinem flieger die geschwindigkeit einstellen aber dann eben halt auch die ausrichtung wie ich mich drehe die kinetische energie lässt mich dann aber auch in diese richtung weiter fliegen soll ich dann die möglichkeit habe beim driften zum beispiel auch auf dem gegner zu feuern ich kann auf unterschiedlichsten höhen leveln fliegen und so ein schiff über oder unter fliegen ich habe sehr viele so gelände stücke die ich nutzen kann so mit ruinen schwärme und sowas bester und anspruchsvollster flugsimulator den ich kenne macht richtig viel spaß battle star galactica starship battles meine nummer 15 ist ein asymmetrisches spiel was ist aber schafft den asymmetrischen anteil so klein zu halten dass es immer für jeden spieler nur relevant ist seinen eigenen job zu kennen und zu erlernen die rede ist von merchants corp bei merchants cove müssen wir unsere waren verkaufen und das machen wir auf einem allgemeinen brett das heißt das sind regeln die für alle spieler gelten und jeder spieler stellt diese waren dann auf individuelle art und weise zusammen weil er halt einen eigenen job hat und das macht er mit einem eigenen spielmechanismus der schmied benutzt würfelmanipulation dann gibt es dann den den drachen rancher heißt er glaube ich der benutzten mankala mechanismus dann gibt es roll and write es gibt potion explosion und so weiter und das bietet halt die möglichkeit so ein asymmetrisches spiel mit einer geringen lernkurve auf den tisch zu bringen und das ist halt unheimlich vielseitig weil man die unterschiedlichsten mechanismen hat jeder kann dann so seinen favorisierten mechanismus nehmen oder eben halt worauf er jetzt gerade lust hat oder einfach auch mal so verschiedene spielmechanismen kennenlernen und entdecken für wenig spieler beispielsweise und deswegen ist das halt auch ein hervorragendes gateway game um wenig spieler mal in so verschiedenste spielmechanismen einzuführen und man hat dann wie gesagt dieses zusammenspiel diese interaktion bei dem verkauf dieser waren ich muss dann nämlich auch beeinflussen an welchem steg welche bürger ankommen welche käufer und ich dann nämlich effektiv meine waren auch verkaufen kann ich muss dann noch einfluss nehmen auf die verschiedensten gilden die mir noch punkte geben können ich habe eine maschinerie die ich mir aufbauen kann an charakteren die ich einkaufe wirklich vielseitiges tolles spiel mit einer geringen einstücksführung für so ein asymmetrisches spiel deswegen meine große empfehlung für merchants cove meine nummer 15 die nummer 14 ist ein tiling game ein eins meiner liebsten tiling games wo mich das thema gar nicht so abholt aber das spiel an sich ist wirklich toll hat auch einen sehr schönen drafting mechanismus man baut sich eigentlich sein sieben maschine hier selbst auf in die isle of cats die isle of cats zu deutsch insel der katzen ist ein tiling game und wir draften uns katzen und die müssen wir platzieren auf unserem schiff das sind katzen von unterschiedlichsten farben wenn ich katzen von gleicher farbe ineinander legt sind das gruppen das gibt mir auch noch mal punkte und ich habe halt einen sehr schönen drafting anteil bei dem spiel auch dass ich mir die karten drafte die dann mir entweder kürbe geben die ich brauche um katzen dann praktisch zu draften zu fangen um die in meinem schiff unterzubringen ich habe die möglichkeit mir damit spielend siegpunkt bedingungen einzuholen dass ich dann selbst festlegen wofür bekomme ich dann letztendlich die punkte ich habe fische als ressource die ich ausgeben muss um mir halt dann auch katzen erwerben zu können etc ist ein sehr schönes tiling spiel mit einem unheimlich tollen mix an verschiedenen spielmechanismen machen sehr viel spaß und das ganze gibt es auch noch als eine flip and right variante die macht auch spaß an der stelle auch noch mal erwähnt die isle of cats meine nummer 14 mann nummer 13 ist ebenfalls ein teile hingegen du merkst mal wieder ich mag den mechanismus sehr kommt mit einem sehr interessanten kaskaden mechanismus und die rede ist von in the hall of the mountain king bei in the hall of the mountain king haben es wie gesagt auch mit einem teiligen spiel zu tun und wir verkörpern trolle versuchen tunnel zu graben in einem berg da verschiedenste statuen freizuschaufeln und die ins bergesinnere zertransportieren was uns dann punkte gibt insbesondere wenn man die auf passende sockel platzieren das ist ein spiel was komplett gewaltfrei auskommt was das thema ja erstmal so nicht vermuten lässt mit so großen mächtigen tollen aber es ist wirklich ein reiner bauwettbewerb bewerb den man hier hat und man hat es mit einem sehr interessanten kaskaden mechanismus zu tun denn ich habe verschiedene trolle die mir ressourcen geben und die ordne ich so pyramiden für mich an wenn ich einen neuen toll erwerbe den ich dann über zwei anderen tollen platziere wird dieser toll ausgelöst und die trolle die sich darunter befinden werden ebenfalls noch mal ausgelöst geben ihre ressourcen und dadurch muss ich eben halt planen wie ich diese trolle aufbauen möchte um halt ein möglichst effektives ressourcenmanagement aufzubauen ich kann auch mit so stein die ich mir im spiel sammeln dann auch noch zauber sprechen das sind auch noch einmal effekte die ich aus für et cetera pp sehr sehr schönes styling game in the hall of the mountain king und dann kommen wir zur nummer zwölf das ist ein deck building spiel was gleichzeitig auch ein area control spiel ist im dungeons and dragons universum und wir begeben uns ins unterreich in tyrants of the underdark und das ist eine richtig hervorragende mischung ich habe halt deck building mechanismus ich kaufe mir karten ein mit denen ich mir dann weitere ressourcen holen bessere karten zu holen wie man das halt so kennt aber ich kann mit diesen karten meine miniaturen die ich auf dem brett habe beeinflussen und diese bewegen um verschiedenste gebiete einzunehmen die mir dann halt punkte geben ich muss versuch die kontrollen über die verschiedensten städte im unterreich menschen beispielsweise zu halten ich kann dann auch noch spione spielen die dann einfluss haben auf die orte wo ich diese denn dann platziere sehr sehr schöne mischung wo das deck building game eben halt den area control mechanismus beeinflusst tyrants of the underdark wirklich grandioser titel und dann kommen wir jetzt zum highlight dieses teils der besten brettspiele aller zeiten die nummer elf und bei der nummer elf haben wir es mit einem spiel zu tun was ich einfach wegen des des themas und des spielgefühls so unheimlich gerne mag ist auch mal wieder teillegen aber nicht nur wir bauen mit dem teillegen nämlich einen garten auf und bauen da auch noch verschiedenste dekorationen drauf in tangen garten tangen garten ist so mein sens spiel um wirklich mal in so kleinen kurzurlaub zu gehen sage ich jetzt mal es gibt auch einen grandiosen soundtrack dazu den gibt es auf youtube und spotify wenn man den dazu laufen lässt und sich dieser garten dreidimensional auf dem tisch aufbaut das ist ein wirklich tolles spielgefühl ich mag das sehr mit dem teillegen mechanismus baut man sich erstmal den garten zusammen muss baum an baum platzieren fels an fels etc und wenn ich so etwas abschließt gibt mir das dann auch nochmal zusätzlichen element punkt wenn ich nämlich so die geländetypen eines types aneinander bau weil dann wald dann geht mein element erde beispielsweise weiter nach vorne dadurch kriege ich dann noch mal vorteile ich habe auch die möglichkeit dekorationen zu platzieren und diese dekoration das auch mal so ein set collection mechanismus den ich habe sehr interessant bei tangen garten ist es aber vor allen dingen auch mit den charakteren jeder spieler startet mit einem startcharakter der gibt mir eine besondere fähigkeit ich kann diesen charakter dann nachher aber auch auf dem brett platzieren und das gibt mir dann noch mal bestimmte sieg endpunkt bedingungen und je nachdem wie ich den platziere diesen charakter und in welche richtung der schaut gibt mir das dann noch mal punkte am ende des spiels es kann zum beispiel sein ein kind möchte möglichst viele tiere sehen als beispiel oder die kaiserin möchte den kaiser nicht sehen weil die gerade stinkig ist oder wie auch immer und das spiel wie gesagt ist für mich vor allen dingen wegen des spielgefühls so toll und das ist für mich so ein entspannungsspiel und deswegen mein highlight dieses teils meine nummer 11 tangen garden so und jetzt merkst du ja jetzt schon dass sich einiges getan hat wenn du die reihe hier verfolgt von jahr zu jahr zu jahr sind viele titel aus meinen top 10 jetzt schon hier in die top 11 bis 20 gerutscht du merkst es hat sich wirklich viel in meiner top 10 getan deswegen kann ich nur empfehlen schaue nächste woche auf jeden fall gerne mal rein bis dahin kannst du ja mal in die kommentare dieses videos schreiben was denn jetzt dein favorit ist aus diesem teil der reihe dann sehen wir uns nächste woche zum großen finale bis dahin stay geeky ciao